Vor allen Dingen die zeitlichen Perspektiven, in denen sich die Veränderungen da ergeben, gerade in der rechten Struktur, ob es jetzt Patente sind oder das, was Sie eben, das sind ja Jahrzehnte. Ja, aber gut, da wäre ich noch, ich wäre noch relativ relaxed, was die Geschwindigkeitssteigerung angeht. Ich habe bei diesem Gehirn da oben relativ wenig Probleme mit Schnelligkeit. Hat Komplexität. Ich habe das Problem mit Komplexität und das müssen wir schon unterscheiden. Also die Geschwindigkeit der Änderungen ist nicht das Problem, sondern die Komplexität der auf mich wirkenden Impulse und, und das ist noch viel schlimmer, die Reichweite meiner Wirkung. Wenn ich heute etwas tue in einem hochvernetzten System, dann geht das irgendwo rein. Und ich meine, jeder, der im Internet arbeitet, manchmal kann man ja sagen, da ist doch gerade dieser Typ oder die Leute in Australien, die hingegangen sind und jemandem angeboten haben im Barrier Reef für sechs Monate da umsonst, denen fliegt das um die Ohren. Die haben jetzt, glaube ich, schon innerhalb weniger Tage eine Million Feedbacks da bekommen. Sie haben, 20.000, sie haben sich auch gemeldet, fantastisch. Es gibt Leute, die sich auf ihren Rücken das Barrier Reef tätowieren. Eine Frau hat gesagt, sie macht für ganz Australien Wäsche waschen und lauter solche Geschichten. Das heißt, da sitzt jetzt wieder so ein armer Marketingmensch, der das Netzwerk angetriggert hat, durch irgendeinen besoffenen Punkt einen Resonanzpunkt gefunden hat. Und jetzt sagt er, um Gottes Willen, könnt ihr mir das mal wegnehmen? Weil ich bin hier so wie dieser Rentner damals, der sagt, ich habe ein bisschen geblockt oder habe ein bisschen was auf YouTube getan und jetzt will ich das Zeug wieder loswerden, weil ich kann damit nicht umgehen. Also Netze sind nicht ganz ungefährlich in ihren Wirkungen.